Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Zu Oriens Grabe. Aber ich denke, ich war schon mal hier. Aber nichtsdestotrotz. Was du auch suchst, du bist zu spät. Sie sind alle weg. Tot oder wahnsinnig? Ich verstehe nicht. Wer hat dir das angetan? Ich verstehe es selbst nicht. Meine Brüder und ich wurden von diesem Ort angezogen. Dann griff der Wahnsinn um sich. Wir kämpften um ein Artefakt. Einer nahm es und rannte davon. Ein Stehlenstück? Durchsuch die Höhle. Dort verstecken sie sich. Doch sei vorsichtig. Sie sind verrückt. Okay, sie sind ungefähr in der Mitte der Rufas Höhle. Okay. Okay. かな. Okay. Oh, oh, oh. Okay, dann gehen wir mal auf die Findung durch die wunderschönen Anbieter, was sonst nicht anders ist. Okay, das ist nur noch ein Stück. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020